Wollen Sie Colorado? Ja. Das sieht aus wie ein Zebra. Einfach zusammengequetscht. Lecker. Oh, Lakritz ist nicht so mein Geschmack. Ich liebe Lakritz. Oh, Himbeeren. Oh, Himbeeren. Definitiv sind Frösche und Himbeeren am besten. Ja. Ich mag auch hier gerne eher Bärten. Ich bin schon mal mit der Bahn an die Nordsee gefahren. Ja.